13 tolle fakten über frauen die wirklich wahr sind es gibt unzählige bücher darüber wie man frauen verstehen kann aber es gibt nicht so viele informationen die die biologischen und sozialen tatsachen von frauen näher beleuchten ein beispiel dafür wäre warum frauen von ein bis zu zehn jahren länger als männer auf der ganzen welt leben ein anderes beispiel wäre wie viel lippen stift sie wohl während ihres lebens essen diese und noch viele andere geheimnisse werden wir euch jetzt offenbaren übrigens wenn du ein kompetitiver typ ist dann finde die drei glühbirnen im video und sei der allererste der die genaue zeit wann sie auf dem bildschirm erscheinen in die kommentare schreibt frauen sehen mehr farben hast du schon mal mit einer freundin über diese weißen vorhänge gestritten die ihrer meinung nach eher die farbe eierschale oder creme hatten ja das kommt daher dass frauen durchschnittlich 20 prozent mehr nuancen und konturen in farben sehen außerdem ist ihr vokabular zum beschreiben von beispielsweise farben deutlich ausgeprägter als das von männern in einer studie namens geschlechts- und altersbezogene unterschiede im farbvokabular wurden interessante ergebnisse erzielt 26 frauen und 24 männer mussten 200 farb benennen die frauen tendierten dazu raffiniertere und erlesenere farbnahmen zu geben als männer der weibliche körper zeigt eine niedrigere alkoholresistenz du kannst es glauben oder auch nicht aber alkohol ist für frauen noch gefährlicher da sie anfälliger für lebererkrankungen wie hepatitis eine leberentzündung sind und wahrscheinlich an leberzirrhose eine chronische erkrankung sterben frauen erleiden auch eher hirnschäden wie etwa der verlust von mentalen funktionen und eine verkleinerte hirngröße die durch alkohol verursacht werden es stellt sich heraus dass frauen ein bestimmtes enzym fehlt das menschen benötigen um den alkohol umwandeln zu können aus diesem grund spüren frauen auch weibliche tiere mehr negative und giftige effekte des alkohols reife ist attraktiv nicht nur wegen des oedipus konflikts verschiedene studien haben gezeigt dass eine frau umso attraktiver ist je fruchtbarer sie aussieht weshalb frauen die schon eine geburt hatten und einen sehr femininen körper haben oder keine empfängnisverhütung nehmen für männer viel attraktiver sind männer lesen dies auch im geruch der frau und dem ton ihrer stimme hohe weibliche stimmen sind für männer attraktiver da menschen eine solche tonlage mit einem hohen östrogen gehalt das haupt hormon der frau in verbindung setzen eine durchschnittliche frau ist circa 1,8 kilo lippenstift in ihrem leben wenn du die durchschnittliche zahl von lippenstiften die im laufe deines lebens gekauft wurden und die durchschnittliche tragbarkeit nimmst dann stellt sich heraus dass frauen ungefähr 1,8 kilo lippenstift in ihrem leben ablecken oder mit nahrung essen das ergibt 533,76 lippenstifte natürlich ist diese zahl für ein paar frauen viel zu hoch oder nicht hoch genug weshalb es sich auch um den durchschnitt handelt es hängt vom land und der kultur ab sie hassen es risiken einzugehen vielleicht ist dir aufgefallen dass frauen schlechtere draufgänger sind als männer und es gibt auch einen wissenschaftlichen grund dafür der anteriore zinguläre cortex der teil des gehirns der die möglichkeiten beim entscheidungstreffen abwiegt ist bei frauen nämlich größer als bei männern einige wissenschaftler nehmen an dass dies die art der evolution war frauen zu besseren fürsorgern zu machen indem sie den stamm retteten als die nahrung sammelten und das soziale leben gestalteten sie machen ihren mann vielleicht dick überraschenderweise werden viele männer im laufe einer langzeit beziehung dicker was vielleicht auf die frau zurückzuführen ist diese schalten nämlich einen fürsorge modus ein der das übermäßige füttern des partners zur folge hat mit der absicht einen starken kämpfer an ihrer seite zu haben es besteht auch die unbewusste absicht den mann für andere frauen weniger attraktiv zu machen stil ist wichtiger als komfort diese kuriosität hat keine wissenschaftliche erklärung er eine soziale die gesellschaft sowie die medien haben frauen jahrzehnte lang in ein bestimmtes schema gedrängt seien es kleine füße oder toller hintern und dies endet damit dass sich die meisten frauen eher für ein stilisches äußeres als komfort entscheiden ein schärferer geruchssinn genau wie beim vorherigen punkt hat der schärfere geruchssinn unseren vorfahren beim überleben geholfen und da frauen vor allem sammler waren hat es ihnen dabei geholfen die richtige nahrung für ihre familie zu sammeln zur berufung auf diesen verschärften geruchssinn vielleicht ein paar blumen die hirnzellen liegen im weiblichen gehirn enger zusammen im durchschnitt ist das weibliche hirn um neun prozent kleiner als das männliche gegenstück dies beeinflusst aber keineswegs die kognitiven fähigkeiten da sie die gleiche zahl an zellen haben und sie lediglich näher beisammen liegen wissenschaftler der erasmus university of rotterdam haben eine studie zum vergleich des weiblichen und männlichen hirn durchgeführt sie haben 900 menschen zwischen 22 und 37 jahren getestet und haben einige mrt untersuchungen durchgeführt das forscherteam war entsetzt als es herausfand dass das gehirn eines mannes tatsächlich größer war in der tat 14 prozent größer zugleich scheint es als würde das hier in einer frau effizienter genutzt werden die tests haben beispielsweise gezeigt dass frauen bei merktests eine höhere punkte zahl als männer erreicht haben eine weitere aktuellere studie die in den niederlanden durchgeführt wurde hat bewiesen dass frauen durchschnittlich 3,75 iq punkte weniger intelligent sind als männer und in räumlichen vorstellungsvermögen tests deutlich schlechter abschneiden sie sind die helden von erfindungen von denen niemand spricht du wirst darüber erstaunt sein wie viele dinge du täglich benutzt die von frauen erfunden wurden die allererste autoheizung beispielsweise sie ist 1893 dank margaret a wilcox erschienen der mechanismus leitet warme luft vom motor so dass er die kalten füße der autofahrer des 19 jahrhunderts werben konnte eine andere frau namens einer connelly konstruierte etwas äußerst überlebensnotwendiges für die öffentliche sicherheit nämlich die nottreppe 1887 eine andere erfindung zum retten von menschenleben geht auf maria beasley zurück es handelt sich um das rettungsfloß das schon 1882 entstand der moderne elektrische kühlschrank wie wir ihn kennen erschien dank einer frau florence pappert hat ihn 1914 erfunden stefanie kwollek eine chemikerin hat die kunstfaser kevlar erfunden die tausende menschenleben gerettet hat es stellte sich nämlich heraus dass dieses material sehr stark war in der tat fünf mal stärker als stahl aber zugleich auch so unglaublich leicht dass es für kugelsichere westen verwendet wurde es gibt jedoch noch mehr als 200 andere anwendungen für dieses material dr grace mary hopper war zugleich admiral in der us navy und informatikerin sie erfand kobold was das erste benutzerfreundliche softwareprogramm war noch eine spannende geschichte im zusammenhang mit dieser frau war die erfindung des worts banze in bezug auf eine computerstörung dies passierte nachdem sie einen echten nachtwalter sah der ihren computer störte mary anderson hat 1903 den scheibenwischer erfunden der das leben von autobesitzern deutlich erleichtert hat unter den erfindungen anderer frauen kannst du wegwerfwindeln papier taschen nicht reflektierendes glas den automatikmölleimer den geschirrspüler und viele andere innovationen finden absätze waren für männer gedacht im 16 jahrhundert wurden absätze in die frauen mode gebracht um männer zu imitieren die sie als zeichen ihrer maskulinität und ihres status trugen in der vergangenheit trugen männer im ganzen nahen osten beispielsweise reitschuhe mit hohen absätzen sie halfen der person dabei in den steigbügeln aufzustehen und die haltung zu bewahren während sie mit ihren bögen schossen gesichter lesen seit beginn ihres lebens waren frauen besser daran gesichter gesten und stimmtöne zu lesen was sie zu überlegenen gesprächspartnern und sozialen führern macht selbst in einer gruppe von menschen würden all die sozialen interaktionen vermutlich von einer art alpha frau als einem alpha mann geleitet werden das war das ergebnis einer umfrage in der 2000 menschen in großbritannien mit eingeschlossen wurden in der studie wurde ihre fähigkeit bewertet gefühle durch die beobachtung vom gesicht und den augen einer anderen person zu verstehen beispielsweise ist 60,9 prozent der männer aufgefallen wenn jemand angst hatte während die zahl der frauen 70,8 prozent erreichte männer waren jedoch besser darin wut und verlangen zu erkennen lang leben die frauen manchmal kann sich die lebenserwartung von männern und frauen bis zu einem jahrzehnt unterscheiden aber im durchschnitt sind es weltweit mindestens zwei bis drei jahre das trifft nicht nur auf menschliche frauen zu auch weibliche orangutans und schimpansen leben länger als ihre männlichen gegenstücke einige wissenschaftler stellen dies damit in zusammenhang dass frauen vorsichtiger sind und ihr leben und ihre gesundheit weniger risiken aussetzen als männer hast du alle glühbirnen gefunden super dann mach schon und schreibt die zeit zu der sie auf dem bildschirm erscheinen welche tatsache über die damen war für dich die größte überraschung sag es uns in den kommentaren teile das video und vergiss nicht auf den like button zu klicken wenn dieses video 50.000 likes bekommt dann werden wir ein paar interessante fakten über männer offenbaren bis zum nächsten Mal